Wenn wir zu Hause sind, dann schauen wir auf www.sechstagerennen.info Das geht um so lauter, wo sind die Schweizer? Wo sind die deutschen Fans? So, wir sind jetzt mal sehr gespannt. Die Wettbewerb ist nicht gut. Stimmt, passt. Attention! Das Ganze, eine Mannschaft. Die Wettbewerb ist nicht gut. Danke für Freikon. Lieber Gott und alles, das war's. Der gewendete Dave Bökel, schon mal drüben. Hier sind die Praxis von Frankreich, Joey Ullano. Und wie gesagt, die Fans haben sie recht, jetzt geht´s los! An den Bökel ist... ... im Dörrei! Trotz dieses Sturzes gerade, der ja Gott sei Dank glümpflich ausging, aber die Bahnen sind bei 10 und bei 0 und da könnt ihr dann auch die Entscheidung sein, wenn wir in der Team in der Rollerrunde sitzen. Und jetzt gibt es zum ersten Mal Rumpflich um 3 zu 2. Eber hier in der Rumpflichstrasse zu schießen soll ich. Eber hier in der Rumpflichstrasse zu schießen soll ich sagen, wenn wir in der Rumpflichstrasse zu schießen sollen, wenn wir in der Rumpflichstrasse zu schießen sollen. Eber hier in der Rumpflichstrasse zu schießen soll ich sagen, wenn wir in der Rumpflichstrasse zu schießen sollen.